... ... Das war der Fall! 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 Challenge nicht erfolgreich. Die ... Sieger auf Nummer 2, bitte, Lukas Feier. Kanzler Nummer 59 auf Nummer 2, Schmidt-Leon, Südbaden gegen Rüpfel, Lukas Feier. Auf Nummer 1, Sieger Boca Julius Hessen gegen Horazon Jimmy Zahnan. Kanzler Nummer 61 auf Nummer 1, Mohak Erden, Hamburg gegen Keteling John Nordbaden.